Also was erwarten wir von dem Prozess? Vielleicht schaffen wir es ein paar Projekte zu erfinden oder zu finden, die uns einen Schritt weit Richtung Zukunft weiterbringen. Vielleicht finden wir mehr Nähe zu den Menschen, sodass es weniger Fernstehende gibt. Und wenn das gelingt, dann war für mich der Prozess gelungen. Danke!